In St. Louis, Missouri, da war er dabei und hat mit seinem Händl die Amis erfreut. Mit seinem Mordsuri war's hinterher knapp, hat mit seiner Versparwitz euer Ratschen aufgeschnappt. Unser Rührmeier Thomas, ja das ist ein Held, dem's bei Kaffee und Kuchen am besten gefällt. Mit der A-Klasse, Stil echt als Karospilot, der mit sämtlichen Autos schon Elchtest macht. Ja mit, na, mit den Frauen, da ist oft recht kompliziert, da dauert's oft länger, bis er was probiert. Die richtige Prinzessin war noch nicht dabei, aber er war in seiner Wohnung und hat's schon mein Händl. Die Moral von der Geschichtleibin muss einfach sagen, wer der 50, wer der älter, ist ihm sowieso nicht da. Für die Zukunft, da wünschen wir alles Gute, den Kommen und uns alle, dass wir weiter so ein Gaudi mit ihm haben. Und uns alle, dass wir weiter so ein Gaudi mit ihm haben. Ja.